8 d. Er sprach noch von Böhmen, von Franzensbrunn, von Eger und dem gepflegten Reiz seines Tales, schilderte ein Kirchen- und Erntedankfest, dem er dort beigewohnt, die fahnenbunte Prozession von Schützen, Zünften und urwüchsigem Volke, welche ein geführt von schwer geschmückter, heiligtümer-tragender Kleris sei, von der Hauptkirche über den Ring gezogen sei. Dann mit gesenkter Stimme, vorgeschobenen Lippen und einem Unheilsausdruck, der doch auch wieder etwas episch Scherzhaftes hatte, wie wenn man Kindern Schauriges erzählt, berichtete er von einer Blutnacht, die jene merkwürdige Stadt in einem Jahrhundert der späteren Mittelzeit gesehen, einem Juden morden, zu dem sich die Einwohnerschaft jäh und wie im Krampfe hatte hinreißen lassen und von dem in alten Chroniken die Kunde gehe. Viele Kinder Israel nämlich hätten zu Eger gelebt, in mehreren ihnen zugewiesenen Gassen, wo denn auch eine ihrer berühmtesten Synagogen nebst hoher Judenschule der einzigen in Deutschland gelegen gewesen sei. Eines Tages nun habe ein barfüßer Mönch, der offenbar fatale rednerische Gaben besessen, das Leiden Christi von der Kanzel herab aufs Erbarmungswürdigste geschildert und die Juden als die Urheber alles Unheiles empörend dargestellt, worauf ein zur Tat geneigter und durch die Predigt außer sich gebrachter Kriegsmann zum Hochaltar gesprungen sei, das Kruzifix ergriffen und mit dem Schrei, wer ein Christ ist, folge mir nach, den Funken in die hochentzündliche Menge geworfen habe. Sie folgte ihm, außen fand Gesindel jegliche Art sich dazu und ein Plündern und Morden begann in den Judengassen, unerhört. Die unseligen Bewohner seien in ein gewisses schmales Gässchen zwischen zwei ihrer Hauptstraßen geschleppt und dort gemetzelt worden, der Gestalt, dass aus dem Gässchen, welches noch heute die Mordsgasse heiße, das Blut wie ein Bach herabgeflossen sei. Entkommen sei diesem Würgen nur ein Jude, nämlich dadurch, dass er sich in einen Schornstein gezwängt und dort verborgen gehalten habe. Ihn habe, nach hergestellter Ruhe, die reue Gestatt, welche übrigens von dem damals regierenden römischen König Karl IV. für das Vorkommnis ziemlich empfindlich gepönt worden sei, feierlich als Bürger von Eger anerkannt. »Als Bürger von Eger«, rief der Erzähler, »da war er denn was und fand sich prächtig entschädigt. Er hatte vermutlich Weib und Kinder, sein Hab und Gut, all seine Freunde und Verwandten, seine ganze Gemeinschaft verloren, vom stickenden Drange des Rauchfanges, worin er die grässlichsten Stunden zugebracht, noch ganz zu schweigen. Nackt und bloß stand er da, war aber nun Bürger von Eger und am Ende noch stolz darauf. »Kennt ihr die Menschen wieder? So sind sie. Sie lassen es über sich kommen mit Lust, dass sie das Gräulichste begehen und genießen nach gültem Mütchen auch noch die Geste reuiger Großmut, womit sie die Schandtat abzugelten meinen. Was sein Rührendes neben dem Lächerlichen hat. Denn es kann im Kollektiven von Tat ja kaum, nur von Geschehen die Rede sein, und man betrachtet solche Ausbrüche besser als inkalkulabene Naturereignisse, die der Seelenlage der Epoche entsteigen, wobei denn selbst noch das zu spät kommende Eingreifen einer doch immer vorhandenen, übergeordneten und korrigierenden Humanität eine Wohltat ist. In unserem Falle das Dasein der römischen Majestät, welche so gut es geht die Ehre der Menschheit rettet, indem sie eine Untersuchung des argen Kasus anstellt und den zuständigen Magistrat formell mit einer Geldstrafe belegt. Man hätte das grausige Vorkommnis nicht sachlich beruhigender und kühlversöhnlicher kommentieren können, als er es tat. Und das, fand Charlotte, war wohl die rechte Art der Behandlung, wenn dergleichen bei Tische erträglich sein sollte. Charakter und Schicksal der Juden blieben noch eine Weile sein Gegenstand, wobei er Bemerkungen auffing und gleichsam verarbeitete, die von einem oder dem anderen Tafelgast Kirms, Kudrei, auch der gescheuten Meier, gelegentlich eingeworfen wurden. Er äußerte sich über die Eigenart jenes merkwürdigen Volkes mit abrückender Ruhe und leicht belustigter Hochachtung. Die Juden, sagte er, seien pathetisch, ohne heroisch zu sein. Das Alter ihrer Rasse und Blutserfahrung mache sie weise und skeptisch, was eben das Gegenteil des Heroischen sei, und wirklich liege eine gewisse Weisheit und Ironie selbst dem Tonfall des einfachsten Juden, nebst entschiedener Neigung zum Pathos. Dies Wort aber sei hier genau zu verstehen, nämlich im Sinne des Leidens, und das jüdische Pathos eine Leidensempphase, die auf uns andere oft grotesk und recht eigentlich befremdend, ja abstoßend wirke, wie denn ja auch der edlere Mensch vor dem Stigma und der Gebärde der Gottgeschlagenheit, Regungen des Widerwillens und selbst eines natürlichen Hasses immer in sich zu unterdrücken habe. Sehr schwer seien die aus Gelächter und heimlicher Ehefurcht ganz einmalig gemischten Gefühle eines guten Deutschen zu bestimmen, der einen wegen Zudringlichkeit von derber bedienten Hand an die Luft beförderten jüdischen Ausierer die Arme zum Himmel recken und ihn ausrufen höre, »Der Knecht hat mich gemartert und gestäubt!« Jenem Durchschnittsautochtonen stünden solche starken, dem älteren und höheren Sprachschatz entstammenden Worte gar nicht zu Gebote, während das Kind des alten Bundes unmittelbare Beziehungen zu dieser Sphäre des Pathos unterhalte und nicht anstehe, ihre Vokabeln auf seine platte Erfahrung großartig anzuwenden. Das war ja allerliebst, und die Gesellschaft erheiterte sich nicht wenig, für Charlottens Geschmack etwas zu laut, über den wehklagenden Hausierer, dessen mittelmeerländisch-pittoreskes Gebaren der Sprecher zu bestem Wiedererkennen oder doch in rasch einsetzender und wiederaufgehobener Mimik angedeutet hatte. Charlotte selbst musste lächeln, aber sie war zu wenig bei der Sache, und zu viele Gedanken kreuzten sich in ihrem Kopfe, als dass sie es in der Belustigung weiter als bis zu diesem etwas mühsamen Lächeln gebracht hätte. Der Einschlag von Devotion und Liebedienerei im Beifallslachen der Runde flößte ihr eine ungeduldige Verachtung ein, weil es ihr Jugendfreund war, in dem er galt. Allein eben deshalb fühlte sie sich auch wieder persönlich davon geschmeichelt. Natürlich hatten sie gerührt zu sein von der, wie an seinem Munde zu sehen war, nicht immer mühelosen Freundlichkeit, mit der er ihnen aus seinem Reichtum spendete. Hinter allem, was er gesellig zum Besten gab, stand da sein großes Lebenswerk und verlieh seinen Äußerungen eine Resonanz, die eine unverhältnismäßige Dankbarkeitsreaktion begreiflich machte. Das Seltsame war außerdem, dass sich in seinem Falle das Geistige auf eine sonst nicht vorkommende Weise für den Respekt nicht mehr unterscheidbar mit dem gesellschaftlich Amtlichen vermischte, dass der große Dichter von ungefähr und auch wieder nicht nur von ungefähr zugleich ein großer Herr war, und dass man diese zweite Eigenschaft nicht als etwas von seinem Genie Verschiedenes, sondern als dessen weltlich repräsentativen Ausdruck empfand. Der abrückende und jede Anrede umständlich machende Titel Exzellenz, den er führte, hatte ursprünglich so wenig wie der Stern auf seiner Brust mit seinem Dichtertum zu tun. Es waren Attribute des Favoriten und Ministers. Aber diese Distinktionen hatten den Sinn seiner geistigen Größe mit aufgenommen, der Gestalt, dass sie nach einem tieferen Ursprung dennoch mit ihr zusammen zu gehören schienen. Leicht möglich, dachte Charlotte, dass sie es auch für sein eigenes Bewusstsein taten. Sie hing demnach ungewiss, ob es der Mühe wert war, dabei zu verweilen. In dem dienstwilligen Lachen der anderen drückte jedenfalls das Wohlgefallen an dieser Persönlichkeitskombination von Geistigem und Irdischem der Stolz darauf, eine unterwürfige Begeisterung da für sich aus, und von einer Seite her fand sie das nicht recht und gut, auf eine Art revoltierend. Sollte sich bei genauerer Prüfung herausstellen, dass dieser Stolz und diese Begeisterung geschmeichelter Knechtsinn waren, so war die Berechtigung ihrer Nachdenklichkeit und eines gewissen damit verbundenen Kummers erwiesen. Ihr war, als sei es den Leuten zu leicht gemacht, sich vor dem Geistigen zu beugen, wenn es mit Stern und Titel, in einem Kunsthause mit Paradetreppe wohnend, als eleganter und glanzäugiger Greis sich darstellte, dem das feine Haar angewachsen war wie dem Jupiter dort und der mit ambrosischem Munde sprach. Das Geistige, dachte sie, hätte arm, hässlich und irdischer Ehren bloß sein sollen, um die Fähigkeit der Menschen es zu verehren, auf die rechte Probe zu stellen. Sie sah zu Rima hinüber, weil ein Wort in ihr wiederklang, das er gesprochen und das sich in ihr Ohr gehängt hatte. Es ist bei alledem kein Christentum. Nun, dann nicht, dann also kein Christentum. Sie wollte nicht urteilen und hatte gar keine Lust, es mit irgendeiner der Maulereien zu halten, die der zur Gekränktheit geneigte Mann in seine Hymnen auf den Herrn und Meister gemischt hatte. Aber sie schaute nach ihm, der ebenfalls ergebendsten Beifall lachte, während dabei ein kleiner Hulst von Versonnenheit, Widerstand, Gram, kurz von Maulerei zwischen seinen bemühten Rindsaugen lag. Und dann ging ihr sanft, aber eindringlich forschender Blick zwei Plätze weiter an Lottchen vorbei zu August, dem beschatteten und ausschreitenden Sohn, der den Makel trug, nicht als Freiwilliger ins Feld gezogen zu sein und das Persönchen heiraten würde. Nicht zum ersten Mal während des Essens sah sie nach ihm. Schon als sein Vater von dem geschickten Kutscher erzählt hatte, der das Umwerfen auf dem löchrigen Wege zu vermeiden gewusst, hatte sie den Kamerad fixiert, weil er dabei die eigentümliche Art in den Sinn gekommen war, in der er ihr von jener missglückten Abreise dem Unfall ihres Jugendfreundes mit Meier, dem Sturz, der feierlich sich ihrer bewussten Größe in den Straßengraben erzählt hatte. Und jetzt beim Hin- und Herblicken zwischen dem Famulus und ihm wandelte plötzlich ein Argwohn, ein aufzuckender Schrecken sie an, der sich nicht nur auf diese beiden, sondern auf alle Umsitzenden bezog. Es kam ihr entsetzlicherweise einen Augenblick so vor, als ob die devote Lautheit des allgemeinen Lachens etwas anderes übertönen und verdecken sollte, etwas desto Unheimlicheres, als es wie eine persönliche Bedrohung eine Bedrohung für sie selber war und zugleich die Einladung in sich trug, sich als eine Zugehörige daran zu beteiligen. Gottlob, es war eine sinnlose, nicht einmal bei Namen zu nennende Anfechtung. Liebe, nur Liebe, schwang in dem Lachen rund um den Tisch und sprach aus den Augen, die an den heiter bedachtsam plaudernden Lippen des Freundes hingen. Man hoffte auf mehr und erhielt mehr. Luthers patriarchalisches Tischgespräch als sonore und geistreiche Plauderei ging es weiter, indem es das Thema vom Juden ein Stück noch verfolgte, und zwar mit einer übergeordneten Billigkeit, der man zutraute, dass auch sie den Rat von Eger mit einer korrigierenden Geldstrafe belegen würde. Goethe rühmte die höhere Spezialbegabung dieses merkwürdigen Samens, den Sinn für Musik und seine medizinische Kapazität, der jüdische und der arabische Arzt hätten durch die ganze Mittelzeit das vorzügliche Vertrauen der Welt genossen. Ferner sei da die Literatur, zu der dies geblüht, hierin den Franzosen ähnlich, Beziehungen unterhalten. Man möge nur wahrnehmen, dass selbst Durchschnittsjuden meist einen reineren und genaueren Stil als der Nationaldeutsche schrieben, der zum Unterschiede von südlichen Völkern der Liebe zu seiner Sprache, der Ehrfurcht davor und der genießenden Sorgfalt im Umgang mit ihr in der Regel entbehren. Die Juden seien eben das Volk des Buches und da sehe man, dass man die menschlichen Eigenschaften und sittlichen Überzeugungen als säkularisierte Formen des Religiösen zu betrachten habe. Die Religiösität der Juden aber sei charakteristischerweise auf das verpflichtet und daran gebunden und eben ihre Neigung und Fähigkeit, irdischen Angelegenheiten den Dynamismus des Religiösen zu verleihen, lasse darauf schließen, dass sie berufen seien, an der Gestaltung irdischer Zukunft noch einen bedeutenden Anteil zu nehmen. Höchst merkwürdig und schwer zu ergründen sei angesichts des so erheblichen Beitrages, den sie der allgemeinen Gesittung geleistet, die uralte Antipathie, die in den Völkern gegen das jüdische Menschenbild schwäle und jeden Augenblick bereit sei, in tätlichen Hass aufzuflammen, wie jene egerer Unordnung zur Genüge zeige. Es sei diese Antipathie, in der die Hochachtung den Widerwillen vermehre, eigentlich nur mit einer anderen noch zu vergleichen, mit derjenigen gegen die Deutschen, deren Schicksalsrolle und innere wie äußere Stellung unter den Völkern die allerverwunderlichste Verwandtschaft mit der jüdischen Aufweise. Er wolle sich hierüber nicht verbreiten und sich den Mund nicht verbrennen, allein er gestehe, dass ihn zuweilen eine den Atem stocken lassende Angst überkomme, es möchte eines Tages der gebundene Welthass gegen das andere Salz der Erde, das Deutschtum, in einem historischen Aufstande frei werden, zu dem jene mittelalterliche Mordnacht nur ein Miniaturvor- und Abbild sein. Übrigens möge man solche Beklemmungen seine Sache sein lassen und guter Dinge bleiben, es ihm auch nachsehen, dass er zu so gewagten Vergleichen und nationellen Zusammenstellungen greife. Es gäbe noch viel überraschendere. Auf großherzoglicher Bibliothek befinde sich ein alter Globus, der in manchmal frappanten Inschriften knappe Charakteristiken der unterschiedlichen Erdenbewohner gebe, wo es denn also über Deutschland heiße, die Deutschen sind ein Volk, welches eine große Ähnlichkeit mit den Chinesen aufweist. Ob das nicht sehr drollig sei und sein Zutreffendes habe, wenn man sich der deutschen Titelfreude und ihres eingefleischten Respekts vor der Gelehrsamkeit erinnere. Freilich bleibe solchen völkerpsychologischen Apercius immer etwas Beliebiges und der Vergleich passe ebenso gut oder besser auf die Franzosen, deren kulturelle Selbstgenügsamkeit und mandarinenhaft rigoroses Prüfungswesen sehr stark ins Chinesische schlügen. Außerdem seien sie Demokraten und auch hier in den Chinesen verwandt, wenn sie sie in der Radikalität demokratischer Gesinnung auch nicht erreichten. Die Landsleute des Konfuzius nämlich hätten das Wort geprägt, der große Mann ist ein öffentliches Unglück. Hier brach ein Gelächter aus, das denn doch noch schallender war als das vorige. Dies Wort in diesem Munde erregte einen wahren Sturm von Heiterkeit. Man warf sich in den Stühlen zurück, lehnte sich über den Tisch, schlug auch wohl mit der flachen Hand darauf, schockiert bis zur Ausgelassenheit von diesem prinzipiellen Unsinn, erfüllt von dem Wunsch, dem Gastgeber zu zeigen, wie man es zu schätzen wisse, dass er es auf sich genommen, ihn zu referieren und ihm zugleich zu bekunden, für welche ungeheuerliche und lästerliche Absurdität man den Ausspruch erachtet. Nur Charlotte saß gerade aufgerichtet, in Abwehr erstarrt, die Vergissmeinnichtaugen schreckhaft erweitert. Ihr war kalt. Tatsächlich hatte sie sich entfärbt und ein schmerzliches Zucken ihres Mundwinkels war alles, worin bei ihr die allgemeine Lustigkeit sich andeuten wollte. Eine spukhafte Vision schwebte ihr vor. Unter Türmen mit vielen Döchern und Glöckchen daran hüpfte ein altersnarrisches, abscheulich kluges Volk, bezopft in Trichterhüten und bunten Jacken, von einem Bein auf das andere, hob abwechselnd die dürren Zeigefinger mit langen Nägeln empor und gab in zirpender Sprechweise eine äußerst und tödlich empörende Wahrheit von sich. Während aber dieser Alp sie heimsuchte, kroch dieselbe Angst wie schon einmal ihr kalt den Rücken hinab. Es möchte nämlich, das überlaute Gelächter der Tafelrunde bestimmt sein, ein Böses zuzudecken, das in einem schrecklichen Augenblick verwahrlost ausbrechen könnte, also, dass eine Aufspringen den Tisch umstoßen und rufen möchte, die Chinesen haben recht. Man sieht, wie nervös sie war. Aber etwas von dieser Nervösität entsteht rein atmosphärisch immer und eine gewisse ängstliche Spannung, ob das auch gut gehen wird, liegt stets in der Luft. Wenn das Menschliche sich in einen und viele teilt, ein Einzelner einer Masse, sei es in welchem Sinne und Verhältnis immer, abgesondert gegenübersteht. Und obgleich Charlottens alter Bekannter mit ihnen allen in gleicher Reihe am Tisch saß, hatte doch dadurch, dass er allein das Gespräch führte und die anderen das Publikum bildeten, diese niemals ganz geheure, wenn auch eben darum reizvolle Situation, sich hierhergestellt. In der Einzelne blickte mit großen, dunkelglänzenden Augen den Tisch entlang in den Sturm von Heiterkeit, den sein Zitat erregt, und sein Gesicht, seine Haltung hatten wieder den naiv, unaufrichtigen Ausdruck gespielten Erstaunens angenommen, mit dem er anfangs ins Zimmer getreten war. Die ambrosischen Lippen regten sich dabei schon in Vorbereitung zusätzlicher Rede. Er sagte, als alles stiller geworden war, ein solches Wort ist nun freilich eine schlechte Bestätigung der Weisheit unseres Globus. Bei dem dezidierten Anti-Individualismus solchen Bekenntnisses endigt sich die Verwandtschaft von Chinesen und Deutschen. Uns Deutschen ist das Individuum teuer, mit Recht, denn nur in ihm sind wir groß. Dass dem aber so ist, weit ausgesprochener als bei anderen Nationen, verleiht dem Verhältnis von Individuum und Gesamtheit, bei allen expansiven Möglichkeiten, die es jedem gewährt, auch wieder sein trübsinnig Missliches. Ohne Zweifel war es einiges mehr als Zufall, dass das natürliche Tädium vitae des Alters sich bei Friedrich II. in dem Ausspruch kleidete, ich bin es müde, über Sklaven zu herrschen. Charlotte wagte nicht aufzublicken, sie hätte dabei nur betrachtsames Nicken und hier und da beifällige Erheiterung auch über diese Anführung rings um die Tafel festzustellen gehabt, aber ihre erregte Fantasie spiegelte ihr vor, dass unter lauter gesenkten Liedern hervor tückische Blicke gegen den Sprecher zuckten und sie scheute sich furchtbar, dies wahrzunehmen. Ein Zustand von Absenz, ein Verlorensein in schmerzliche Grübelei trennte ihr Bewusstsein längere Zeit von dem Gespräch und hielt sie ab, seinen Assoziationen zu folgen. Sie hätte nicht zu sagen gewusst, wie die Unterhaltung dahin gekommen war, wo sie sie von Zeit zu Zeit wiederfand. Eine neue persönliche Aufmerksamkeitserweisung ihres Tischherrn hätte sie fast überhört. Er redete ihr zu, doch ein Minimum, so drückte er sich aus, von diesem Kompott zu nehmen, und halb unbewusst nahm sie auch wirklich davon. Dann hörte sie ihn von Dingen der Lichtlehre sprechen, aus Anlass gewisser Karlsbader Glasbecher, die er nach Tische vorzuweisen versprach und deren Malerei, je nachdem man die Beleuchtung leite, den merkwürdigsten Farbverwandlungen unterliegen. Er knüpfte etwas Abfälliges, ja Ausfälliges gegen die leeren Newtons daran, scherzte über den durch ein Loch im Fensterladen auf ein Glasprisma fallenden Sonnenstrahl und erzählte von einem Blättchen Papier, das er als Andenken an seine ersten Studien über diesen Gegenstand und als früheste Aufzeichnung darüber aufbewahrte. Es trage die Spuren des Regens, der im undichten Zelte bei der Belagerung von Mainz darauf gefallen. Gegen solche kleinen Reliquien und Denkzeichen der Vergangenheit hege er viel Pietät und konserviere sie nur zu sorgfältig, denn es sammle sich als Niederschlag eines längeren Lebens allzu viel solchen sinnigen Kramens an. Bei diesen Worten begann Charlottes Herz unter dem weißen Kleide mit der fehlenden Schleife heftig zu klopfen, denn ihr war, als müsste sie rasch eingreifend sich nach weiteren Bestandteilen dieses Lebensniederschlages erkundigen. Noch sah sie die Unmöglichkeit davon ein, verzichtete und verlor den Faden der Unterhaltung aufs Neue. Beim Tellerwechsel vom Braten zur süßen Speise fand sie sich in eine Erzählung hinein, von der sie nicht wusste, wie sie aufs Tapet gekommen war, die aber der Gastgeber mit großer Wärme vordrug. Die Geschichte einer seltsamen und moralisch anmutigen Künstlerlaufbahn. Es handelte sich um eine italienische Sängerin, die ihre außerordentlichen Gaben nur in dem Wunsche öffentlich gemacht hatte, ihrem Vater beizustehen, einem Einnehmer vom Monte Pietà in Rom, den seine Charakterschwäche ins Elend hatte geraten lassen. Das wundervolle Talent der jungen Person wurde bei einem Dilettantenkonzert entdeckt, vom Flecke weg warb der Direktor einer Theatergesellschaft sie an, und so lebhaft war das Entzücken, das sie erregte, dass sie einen Musikenthusiast beim ersten Auftreten in Florenz für sein Billett statt einem Scudo hundert Zichinen schenkte. Sie verfehlte nicht, von diesem ersten Glücksgelde zugleich an ihre Eltern reichlich abzugeben, und steil ging es aufwärts mit ihr. Sie wurde zum Stern des musikalischen Himmels. Reichtümer strömten ihr zu, und ihre vornehmste Sorge blieb immer, die Alten daheim mit allem Wohlsein zu umgeben, wobei man aufgefordert wurde, sich das verschämte Behagen des Vaters vorzustellen, dessen Unfähigkeit sich durch die Energie und Treue eines glänzenden Kindes wettgemacht fand. Damit nun aber waren die Wechselfälle dieses Lebens nicht beendet. Ein reicher Bankier von Wien verliebte sich in sie und trug er seine Hand an. Wirklich sagte sie der Bühne Valet, um seine Frau zu werden, und ihr Glücksschiff scheint in den prächtigsten, sichersten Hafen eingelaufen. Der Bankier aber machte bankrott, er starb als Bettler, und aus der üppigen Geborgenheit einer Reihe von Jahren kehrt die Frau, schon nicht mehr jung, aufs Theater zurück. Der größte Triumph ihres Lebens erwartet sie. Das Publikum begrüßt ihr Wiedererscheinen, ihre erneuerte Leistung mit Huldigungen, die ihr erst begreiflich machten, was sie aufgegeben und den Menschen entzogen, als sie die Werbung des Krözes als krönenden Abschluss ihrer Karriere ansehen zu sollen hatte. Dies umjubelte Wiederauftreten nach der Epoche bürgerlich-gesellschaftlichen Glanzes war der glücklichste Tag ihres Lebens, und erst er eigentlich machte sie mit Leib und Seele zur Künstlerin. Sie lebte jedoch danach nur noch einige Jahre.